So, meine Damen und Herren, willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, und nicht wundern, dass ich hier jetzt schon in Kehrtrollde stehe. Wir haben ja in Spickerbook aufgehört. Ja, ich hatte eben schon mal die Aufnahme gestartet, aber Shadowplay hatte da seine Macken gehabt. Das musste ich jetzt einmal manuell an- und ausschalten. Und hatte halt schon 7 Minuten gespielt, hab mir nochmal die Quests durchgeguckt, die wir haben, wo die sind, wie wir die jetzt ablaufen. Und bin dann schon in die Burg rein und hab gemerkt, dass Shadowplay nicht läuft. Ich bin durch das Tor, dann kam Dialog und da hab ich dann gleich ausgemacht. Also ich hab mich jetzt nicht groß gespoilert. Außer, dass ich jetzt weiß, die Wache erblickt uns und das Tor wird geöffnet. Seht ihr? Ja, äh... Dann wollen wir mal rein und unsere Belohnung holen, weil wir ja Krach geholfen haben. Äh, ne, ja, seine Tochter. Genial, von Spickerbook zu helfen. Genial, von Spickerbook zu helfen. Es ist auch besser so, dass er wartet. Äh, Moment. Ja, ich würde gleich erstmal zum Schmied gehen. Danach... Ah, wirklich angespannt die Stimmung. Ja, ich würde gleich mal sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das sind lebende Wölfe, ne? Ja, ich dachte, der wäre ausgestopft So, hier hat er sein Gemach Es ist nicht mehr Schopf, sondern auch hier hat er sein Gemach Vielen Dank. 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 Moment. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. cool. Ich hoffe, ... 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 nur sehen. Ja. Wer ist Arnwald? Wer ist Arnwald? Wer ist das? Charaktereintrag. Wer ist Arnwald? Der. Nach dem Tode Gutlaufs, dem geschätzten Sehneschal der Jarls, der Ankräte, wurde ein Teil seiner Pflichten von Arnwald, den Monscheng des Jarls, übernommen. Dieser ältere Skelliger besaß zwar nicht die weitreichende Autorität seines Vorgängers, doch dennoch gelang es ihm, innerhalb weniger Jahre sich unersetzlich zu machen. Sein Zuständigkeitsbereich erstreckte sich nicht nur auf die Vorratskammern und Weinkeller Kehrtrolldes, sondern auch auf das leibliche Wohl der Festungsbewohner sowie der Gäste, die bei Festen und sonstigen wichtigen Ereignissen zugegen waren. Umso überraschender war sein Verrat, als er geschnappt wurde, gestand Anwalt seine Rolle bei der mörderischen Verschwörung und bekannte seinen Patron ebenso wie seinen langen gehegten Hass auf den Clan M. Crate. Wir haben ihn doch noch gar nicht geschnappt. Was ist das für ein Charaktereintrag? Äh, wo ist Plätze? Ah, hinterher! Hab ich gerade zwei Bolzen abgeschossen? Ich kann drauf wetten, wenn ich schieße, dann töte ich ihn. Nein, nicht absteigen, du Idiot! Oh, Geralt! Lauf! Ich wollte ihn nicht schlagen, ich dachte, mit E kann ich ihn irgendwie runterziehen. Und dann springt er ab, ich glaub das nicht. Los, Geralt, schneller! Na gut. Dann holen wir ihn jetzt da runter. Ah! Oh, Plätze! gestehe! Ja. Ich! Ja. Ja. Ich! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.